Habe ich eigentlich bohren Pfeile bereits? Ne, ne? Ob es sich das auch lohnt, das zu machen weiß ich auch nicht. Das ist so verzwickt teilweise. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen durch die Lande ziehen, einfach mal. Entschuldigung. Zum Beispiel da drüben hin. Die Fassungsfarm kann ich doch eigentlich ausblenden. So. Ich mach mal ne kleine Reise. Das könnte ich mal rohren hier. Hier kann ich Pflanzenfasern erden ohne Ende. Da wird es doch nichts mit der Reise. Hihihi. Ich mach das eben so lange bis die Sensor nicht mehr läuft. Dann suche ich mir was anderes. Wie schnell die Leiste steigt. Relativ. Wieso habe ich jetzt eigentlich das Gegröße mit der Truhe gelagert? So. Vielleicht sollte ich da noch dritten Lagerfeuer hin bauen. Ach ne, gar nicht wahr. Ah, ich wollte das ja für später lagern. Das eine oder andere habe ich ja direkt schon gemacht, die 157 stück. Die Sensor hat aber auch nicht gerade lange gehalten. Ich mach da jetzt mal so lange, bis ich da 7 drin habe, scheiß drauf. Ich mach da jetzt mal so lange, bis ich da 7 drin habe, scheiß drauf. Ich mach da jetzt mal so lange, bis ich da 7 drin habe, scheiß drauf. Ich mach da jetzt mal so lange, bis ich da 7 drin habe, scheiß drauf. Ja, das ist ja gleich Hauersau. Ich mach da jetzt mal so lange, bis ich da 7 drin habe, scheiß drauf. Ich mach da jetzt mal so lange, bis ich da 7 drin habe, scheiß drauf. So, damit hätten wir es. Jetzt kann ich nicht immer aufhören, oder was? Oh doch. Jetzt aber. Wird eh alles wieder nachwachsen. Ich mach da jetzt mal so lange, bis ich da 7 drin habe, scheiß drauf. Ich mach da jetzt mal so lange, bis ich da 7 drin habe, scheiß drauf. Ich mach da jetzt mal so lange. Immer so lange, bis ich da 8 drin habe, scheiß drauf. Und jetzt? Jetzt machen wir bloß weitere Bretter, oder was? Hier, komm. Ich jag jetzt mal ein bisschen. Irgendwann. Wo war ich denn sowas? So, und jetzt noch ein paar Pfeile. Ja, ich weiß, ich hätte auch so einen bekommen, wenn ich jetzt eine Skill ausgewählt hätte. Aber ich muss hier dringend mal aufräumen. Die treiben sich so sehr an meiner Platage rum, deswegen... ...wächt mir die Scheiße. Warte mal, ich hätte ja noch Tische hergestellt, ne? Wo habe ich die denn? Ihr Wagenmachertisch und Schneidertisch, die kann ich ja... ...hier reinpacken. Schneidertisch, die kann ich ja auch hier entstellen. Metzgertisch, da mache ich einen Keller drunter. Oh, Josef, Hilfe mal. Nein, Quatsch. Entschuldigung. Ja, hier muss ich schneidern lernen, also ich kann hier gar nichts machen. Ja, hier muss ich ja jahre gehen. Doof. Wollen wir mal kurz was trinken. Ich hätte diese זה nicht einfach. Nein, wir können das gar nicht utilizzwerten. Wir wollen also immer mal verkleidtitel sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, ich wollte doch jagen gehen. Naja, da hast du es schon gesehen, ne? Naja, die prallen ja an die Hörner ab. Das war ein Kopfschuss. Boah, was ruckelt das denn so? So, jetzt entkommen sie. Ah, einen habe ich noch erwischt. Jetzt kommt es. Die können jetzt noch verfaulen oder was? Man. Jetzt kommt es richtig. Kuss sust. Und dann? Kuss sust. Uf, du bist. Uf, du bist. Ents, du bist. Und dann? Oh, die stehe nicht sowieso. Ja, ich mache nicht so viel Schaden. Weil, ne? Habe ich halt nicht so ausgeskillt, boah. Ah, da konnte ich ihn nur treffen. So konnte ich ihn ja nur treffen. Selber schuld. Ah, die kommen eh alle wieder, pass auf. Die kommen eh alle wieder. Was sah ich euch? Metzgerhandwerk. Ach so. Ne, jagen kann ich ja ohnehin. Weil ich mir das so doof. Ja toll, Mauroarbeiten brauche ich zum Beispiel hier. Stoff. Schneider. Brauche ich. Leider Tiertrophäen. Veganes Let's Play ist nicht. Ha, ha, ha. Boah, Entschuldigung. Ich schaffe es aber auch nicht, mich rechtzeitig zu muten. Ach, siehst du, der kommt doch wieder, sag ich doch. Hab ich euch doch gesagt. In den Arsch. Okay, der hat also vier Leben. Höchstens. Und da ist schon wieder einer. Und da ist schon wieder einer. Die, die요 home macht, die bin voisin. Höchstens. Höchstens. Vielen Dank.